Hallo Freunde, willkommen zurück zu Skyrim. Ich habe mich heute mal aus dem Bett gequält, um mal wieder was aufzunehmen. Ja, sorry für den Sound, das liegt an mir diesmal, nicht an der Software oder Hardware. Ich habe die Rüsselseuche, das heißt Husten, Schnupfen und das alles, was so dazugehört. Dementsprechend klinge ich wahrscheinlich ein bisschen komisch. Wird wohl auch noch die ganze Woche so bleiben. Aber ich bin bereits dabei, mich zu schonen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Also irgendwann wird das doch wieder besser werden. Gut, wir sind in Hochrodka und heute will ich die Langbärte eigentlich die meiste Zeit über reden lassen. Das bedeutet, ich schon mich ein bisschen und die Langbärte erzählen mir hoffentlich was zur Story und wie das jetzt weitergehen soll. Schließlich hat uns Delfin hierher geschickt, um deren Rat einzuholen oder so. So, jetzt sag mir bitte, dass du der Richtige bist. Und sonst haben wir da oben noch welche. Möge der Himmel euch leiten. Wenn ich die ganze Zeit nach oben gucke, dann trete ich in irgendwelche Sachen rein. Das will ich bleiben lassen. Möge der Wind euch leiten. Rückenwind ist eine tolle Sache, aber wenn es richtig warm ist, ist Gegenwind nicht schlecht. Wie auch immer, ich gucke meistens nach... Der Himmel über euch, die Stimme in euch. Ja, der Boden unter mir. Ja, ich wollte sagen, ich gucke eigentlich immer nach unten, weil doch mein Hirn so schwer ist. Genau. Kommen wir gerade mal direkt zum Punkt. Woher wisst ihr davon? Mit wem habt ihr euch unterhalten? Es ist extrem unhöflich, eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten. Dementsprechend machen wir das genauso. Wir haben schließlich zuerst gefragt. Ja. In solch schwerwiegenden Angelegenheiten müssen wir wissen, wo ihr steht. Oder auf welcher Seite. Seiten sind oberflächlich. Ich stehe direkt vor dir. Wenn ihr allein dastehen wollt, bitte. Wenn ihr unsere Hilfe wollt, werdet ihr meine Frage beantworten. Alter, sturer Mann, das gibt's ja gar nicht. Woher wisst ihr von einem Schrei, mit dem Alduin besiegt wurde? Oh, das wird gefragt in einem Kreuzworträtseln. Ich hab's rausgekriegt. Die klingen. Natürlich. Sie mischen sich besonders gern in Angelegenheiten ein, die sie kaum verstehen. Ihre rücksichtslose Arroganz kennt keine Grenzen. Sie wollten schon immer jedes Drachenblut vom Pfad der Weisheit abbringen. Habt ihr nichts von uns gelernt? Nein. Wollt ihr als Werkzeug in den Händen der Klingenenden nach ihren Belieben, zu ihren Zwecken eingesetzt? Ja. Nee, eigentlich nicht. Aber wichtig ist, dass Alduin aufgehalten wird. Der macht hier alles kaputt. Ne? Hm. Hm. Das glaube ich nicht. Die haben doch Geheimnisse. Das klingt eigentlich nicht so schlecht. Was ich will, ist unwichtig. Ach, jetzt? Dieser Schrei wurde bereits vorher verwendet, nicht wahr? Und hier sind wir nun wieder. Habt ihr schon einmal in Erwägung gezogen, dass Alduin vielleicht gar nicht besiegt werden soll? Jene, die ihn in grauer Vorzeit besiegt haben, konnten dadurch den Tag der Abrechnung nur verschieben. Sie konnten ihn nicht aufhalten. Wenn die Welt enden soll, dann soll es wohl so sein. Lasst sie enden und neu geboren werden. Finde ich aber ziemlich blöd. Wie wäre es, wenn wir das nochmal ein paar tausend Jahre rausschieben und sehen, wo wir dann stehen? Nein. Nicht jetzt. Nicht bevor ihr wieder auf den Pfad der Weisheit zurückkehrt. Okay. Drachenblut, wartet. Vergibt mir. Ich war unbeherrscht. Ich habe zugelassen, dass meine Gefühle mein Urteilsvermögen trüben. Ach. Das hat mich an meine Pflicht erinnert. Die Entscheidung, ob wir euch helfen, liegt nicht bei mir. Okay. Dann reden wir mit wem? Nein. Ich kann ihn euch nicht lehren, weil ich ihn nicht kenne. Er wird Drachenfall genannt, aber seine Worte der Macht sind uns unbekannt. Wir trauern ihm nicht nach. Drachenfall hat keinen Platz im Weg der Stimme. Das klingt jetzt irgendwie sehr nach Jedi-Gedöns. Wenn du die Stimme oder die Macht als Ganzes begreifen willst, dann alle Aspekte davon, oder nicht? Nicht jedoch Drachenfall. Das Wissen über diesen Schrei ging lange vor Beginn der Geschichtsschreibung verloren. Vielleicht kannten ihn nur seine Schöpfer. Aber ich bin nicht der, der mit euch darüber sprechen sollte. Okay, und wer... Wer spricht denn mit mir über diesen Schrei? Nur Partonax, der Meister unseres Ordens, kann diese Frage beantworten, so er sich denn dazu entscheidet. Gut, dann würde ich ganz gerne mit ihm reden, oder so. Ihr wart nicht bereit. Ihr seid immer noch nicht bereit. Aber dank der Klingen habt ihr jetzt Fragen, die nur Partonax beantworten kann. Okay. Das heißt, wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, ne? Wie wäre es dann, wenn Partonax zu mir kommt? Wenn ich jetzt bereit bin? Er ist unser Anführer. Er übertrifft uns alle in seiner Beherrschung des Weges der Stimme. Er lebt abgeschieden, hoch oben auf dem Gipfel des Berges. Er spricht nur selten zu uns und nie zu Außenseitern. Es ist ein großes Privileg, ihn sehen zu dürfen. Gut. Dann machen wir uns mal auf die Socken, oder? Nur jene, deren Stimme stark ist, können den Pfad finden. Kommt. Wir werden euch einen Schrei lehren, mit dem ihr den Weg zu Partonax öffnen könnt. Ich glaube, an den Schrei erinnere ich mich, der macht irgendwie gutes Wetter oder so. Also der beendet Stürme und so ein Schnickschnack. Das bedeutet, wenn wir wieder im Freien unterwegs sind und bekommen Nebel, Regen, sonst was, können wir damit, glaube ich, Sonnenschein provozieren. Na gut. Dann warten wir jetzt auf die Graubärte und dass die uns den Schrei beibringen. Wird ja wohl kaum zwei Wochen dauern, oder? Also, da haben wir sie ja schon. Ich glaube, ich weiß, wo ihr hinwollt. Dann warte ich da, wo es warm ist. Bisschen am Feuer. Naja, die alten Männer, die haben quasi schon Rente. Die haben Zeit ohne Ende. Bei deren Geschwindigkeit sind wir auch im Rentenalter, wenn die hier sind. Danach haben wir auch jede Menge Zeit. Nur nicht hetzen, Mädels. Jetzt komm, wo nicht glatt ist, darf gerannt werden. Arm und Beine bilden rotierende Scheiben. Aha. Okay. Ich erwarte, dass beim Gehen Kondensstreifen an den Oläfchen entstehen. Okay. Clear skies. Na also. Okay. Alle drei. Das ist super. Damit machen wir es eine ganze Woche hell am Himmel, oder? Die Worte warten. Ja, ich warte auch. Gut, schauen wir mal. Da war es ein Glück. Dass wir so viele Drachenseelen haben. Ich werde euch mein Wissen über wolkenloser Himmel fangen. Zum Glück habe ich noch gewartet. Das ist unser letztes Geschenk. Euch Drachenhut. Nutzt es weise. Bestimmt. Wolkenloser Himmel wird der Nebel wegfangen. Aber nur für kurze Zeit. Der Weg zu Patonax ist voller Gefahren. Ihr solltet ihn nicht auf die leichte Schulter nehmen. Geht immer weiter. Konzentriert euch auf euer Ziel, und ihr werdet den Gipfel erreichen. Jupp, können wir machen. Aber ich muss mich vorher noch mal aufwärmen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich damit das Gespräch mit Patonax nicht überlebe. Wir sehen uns gleich hier draußen wieder. Gut, da bin ich wieder. Die Katze hat einen Eintopf drin. Sie ist aufgewärmt. Ich habe gerade eben noch gespeichert. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal. Den werden wir brauchen. Und dass wir hochkommen zu Patonax. Ich finde das jetzt allerdings ein bisschen blöd. Ich habe gerade eben bewiesen, dass ich den Schrei habe. Und ihn kommt von hier nicht her. Warum muss der Schrei jetzt alle paar Minuten oder alle paar Meter wieder eingesetzt werden? Das macht eigentlich nur wenig Sinn. So wie wir das Spiel gemoddet haben, gibt das ein wenig Schwierigkeitsgrad. Ganz einfach, weil wir auf den Cooldown des Schreis warten müssen. Und in der Zwischenzeit wird es wohl etwas kühler. Aber im Basisspiel ist das überhaupt kein Problem eigentlich. Ihr geht, ihr geht, ihr geht, ihr geht. Lass mich in Frieden. Hau ab, hau ab. Noch einer. Das wird ja super. Ich mag diese Dinger nicht. So ganz und gar nicht. Auf Legendär sind die richtig ätzend. Ziege, geh mir nicht auf die Ketten. Hau ab. Lass mich in Frieden. Hier. Das gleiche. Haut ab. Lass mich in Frieden. Gibt's hier überhaupt nicht. Naja. Im Moment sieht's noch gar nicht so schlecht aus. Ja, sorry dafür, dass ich die nicht bekämpfe, aber wir haben echt wenig Zeit, bevor wir hier oben erfrieren. Und diese Teile zu bekämpfen ist extrem aufwendig. Die sind schwer zu treffen. Die machen viel Schaden. besonders auf Legendär. Und die halten auch noch einiges aus, dementsprechend. Steht das nicht so weit oben auf meiner Wunschliste. Soweit, so gut. Wir sind am Hals der Welt. Und das ist der Drache Patonax. Möchte ich wetten. Das kommt schon raus. Ich hab schon begriffen, dass du mir nichts tun willst. Und ich bin auch nicht hier, um dich platt zu machen. Vielleicht bleiben wir in der Nähe von der Feuerschale ein bisschen länger warm. Wahrscheinlich kann er nicht landen, solange wir noch im Kampf sind. Was natürlich ziemlich ätzend ist. Ja. 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 Und dann werde ich wohl warten müssen, bis das Auge geschlossen ist, die Eisteile uns nicht mehr verfolgen und der Kampf aufhört, ganz offiziell. Dann sehen wir uns gleich wieder. Servus, ich bin die Zahnfee. Ich bin hier um... Naja, egal. Hm. Spielen wir nicht lange rum, auch wenn eine Drache nur freundlich sein will oder höflich. Es ist lange her, dass ich ein Tinwag mit einem Fremden hatte. Ich habe der Versuchung nachgegeben, unser Gespräch zu verlängern. Kein Problem. Reden wir ein bisschen. Überhaupt kein Problem. Evna, Balok. Es gibt manchen Hunger, den man besser unterdrückt, als ihm nachzugeben. Drechni nach Kieb. Disziplin bei den kleineren Dingen im Kachnahr. Verleugnung der Größeren. Sagt mir, warum seid ihr gekommen, Volan? Warum stört ihr meine Meditation? Ich dachte, ich mache eine Leine dran und lasse einen Drachen steigen. Frag nicht so. Drem, Geduld. Es sind Formalitäten einzuhalten beim ersten Zusammentreffen von zwei doof. Hast du mich gerade doof genannt? Aus langer Tradition spricht zunächst der Ältere. Hört meinen Tun. Spürt ihn in euren Knochen. Tut es ihm gleich, wenn ihr Doverkin seid. Die Welt ruft euch. Geht zu ihr. Kriegen wir hin? Ich hatte jetzt die Befürchtung, dass er fast Rodar macht und mich vom Berg wedet. Das ist das Feuer, wie es die doof tun. Das wäre fantastisch. Im Moment ist es mir hauptsächlich kühl. Ein bisschen Feuer wäre nicht schlecht. So, lass mal gucken. Weil ich es noch nicht gelernt habe. Hetz mich nicht. Du bist so alt. Da solltest du irgendwann Geduld haben. Bitteschön. Glücklich? Ich muss dieses Ding anzünden. Ich soll dich anschreien. Das wäre aber richtig unhöflich, oder? Aber bitteschön, wenn du drauf bestehst. Kommt, Doverkin. Ninjol. Trefft mich mit dem Feuer eures Tup. Ah, ja. Schossedorf-Losmol. Das Drachenblut ist stark in euch. Es ist lange her, seit ich das Vergnügen hatte, mit einem meiner eigenen Art zu sprechen. Super. Es wäre mir lieber, wenn die Heizung warm wäre hier. Ihr habt also zu mir gefunden. Kein leichtes Unterfangen für einen Jor. Sterblichen. Selbst für ein Doversoz. Drachenblut. Was wollt ihr von mir wissen? Ja. Kommen wir gleich zur Sache. Mich fröstelt es ein wenig. Ah, ich habe euch erwartet. Proda. Ihr würdet nicht den weiten Weg bis hierher kommen. Nur für ein Tinwag mit einem alten Dover. Nein. Ihr sucht eine Waffe gegen Alduin. Richtig. Hm, ja. Sie sind mir gegenüber sehr fürsorglich. Bachlan, Fadon. Aber ich kenne diesen Tum, die ihr sucht, nicht. Krosis. Ich kann ihn nicht kennen. Das hat eure Art. Jor, Sterbliche. Als Waffe gegen die Dov, die Drachen erschaffen. Unsere Hatrinäe. Unser Verstand kann seine Vorstellungen nicht einmal begreifen. Moment. Das ist ein Drachenschrei, der nicht von Drachen stammt, sondern von Menschen erschaffen wurde. Okay. Alles zu seiner Zeit. Zunächst eine Frage an euch. Warum wollt ihr diesen Tum lernen? Ja, schenken wir mal einen Wein ein. Ja, Alduin, Semach. Der ältere Bruder, talentiert, hartgierig und schwierig, wie es bei Erstgeborenen so häufig der Fall ist. Aber warum? Warum müsst ihr Alduin aufhalten? Weil mir kalt ist. Prusa, dieser Grund ist so gut wie jeder andere. Viele teilen eure Meinung, wenn auch nicht alle. Du kriegst nie alle unter einen Hut. Manche würden sagen, dass alles einmal enden muss, damit etwas Neues entstehen kann. Vielleicht ist diese Welt einfach das Ei des nächsten Kalper. Lane, Wukin, würdet ihr verhindern wollen, dass die nächste Welt entsteht? Ich bin immer wieder für ein neues Spiel zu haben, aber erst wenn das alte abgeschlossen ist, oder? Dann habt ihr von dem Doof noch viel zu lernen. Für einen Dofer gibt es nichts anderes als Philosophie. Es ist kein Zufall, dass wir mit unserem Tum unseren Stimmen kämpfen. Für einen Drachen gibt es keinen Unterschied zwischen Debatte und Kampf Tim war glos gra das ist für uns ein und dasselbe aber ihr habt meiner Schwäche für Sprache schon zu lange nachgegeben Crosses jetzt werde ich eure Frage beantworten also wisst ihr warum ich hier lebe auf dem Gipfel des Monarveen den ihr den Hals der Welt nennt wegen der wunderbaren frischen frischen luft oder richtig aber nur wenige erinnern sich daran dass dies genau die stelle war an der Alduin von den alten Zungen besiegt wurde also ist er richtig alt und auf dem Gipfel gegen Alduin zu kämpfen das ist nicht lustig ja und nein wie Gnus Nikron Alduin wurde nicht wirklich besiegt denn sonst wäret ihr heute nicht hier um zu versuchen ihn zu besiegen das stimmt wohl die Nordjener Tage wandten den Drachensturz schrei an um Alduin auszuschalten aber das war nicht genug Ork Mulag und Slaad es war die Kel die Schriftrolle der Alten sie haben sie angewandt um um ihn hilflos den Strömungen der Zeit auszusetzen ok also brauche ich außerdem noch so ein richtig altes Stück Papier ja wie soll ich das in eurer Sprache erklären die Dorf haben Wörter für solche Dinge die Dior nicht haben es ist ein Artefakt von außerhalb der Zeit es existiert nicht doch es hat immer existiert Rach Wachlan sie sind Fragmente der Schöpfung die Kelle Schriftrollen der Alten wie ihr sie nennt wurden häufig für Prophezeiungen verwendet ja eure Prophezeiung entstammt einer Schriftrolle der Alten aber dies ist nur ein kleiner Teil ihrer Macht Sofas Sofas gibt's auch ein bisschen hinsetzen wäre toll hat's die Zeit saugt Aufsichtlich einige hatten gehofft er wäre für immer verschwunden für immer verloren Meie ich wusste es besser Tidbo Amativ die Zeit fließt ständig weiter eines Tages würde er auftauchen Darum habe ich hier gelebt Ich warte schon seit tausenden eurer Jahre Ich wusste wo er erscheinen würde aber nicht wann Das heißt Alvin wird nicht besiegt man schickt ihn immer in die Zukunft und dann hat irgendeine spätere Generation wieder damit zu kämpfen hm die zum Zertrümmern der Zeit verwendet wurde könnt ihr zurückgehen zum anderen Ende der Bruchstelle Ihr könntet Drachensturz von denen lernen die ihn geschaffen haben Das klingt super episch da bin ich dabei Das ist sehr schade Du musst dir dringend ein Zeitungsabo bestellen oder irgendeinen was weiß ich Internetanschluss hier hochlegen oder so Du musst auf dem Laufenden bleiben Junge Fantastisch Gut dann würde ich sagen ich organisiere mir so eine so eine Schriftrolle und dann zeige ich sie dir bringen sie hierher und dann reden wir nochmal gut Ich lehre den Weg der Stimme schon seit Jahrhunderten und die Tuum schon viel länger Aber nein Dovakin niemand kommt mehr hierher um sich ausbilden zu lassen Saran Ihr seid der erste in über hundert Jahren Ich meditiere über die Rodmulag die Worte der Macht Ich erteile Rat über ihre Anwendung Das genügt mir Ein Wort der Macht zu kennen bedeutet seine Bedeutung in sich aufzunehmen Meditiert über die Bedeutung eines Rodmulag Während dieses Wort euch ganz erfüllt werdet ihr ihm näher kommen Werde ich es euch lehren Dovaki Welches Wort ruft bei euch tieferes Verständnis hervor Es gilt drei zu meistern Fuss Fein und Joll Fuss kennen wir bereits Joll kommt mir sehr bekannt vor Wir nehmen mal Fein In eurer Sprache bedeutet es dahinschwinden Sterbliche empfinden eine stärkere Verbundenheit zu diesem Wort als die doof Jeder Sterbliche schwindet mit der Zeit dahin Doch der Geist besteht weiter Denkt über die Bedeutung des Geistes nach Uns lad sie wo sterbliches Fleisch schwinden und vergehen kann hat der Geist Bestand Das ist Fein Lasst euch von dieser Bedeutung erfüllen Zoom Ark Mora Ihr werdet feststellen dass euer Geist euch mehr Stärke verleiht Ach ich mag den einfach ich finde den super ich liebe den Drachen Welches spricht zu euch Dovakin Fuß Fein oder Yol Fein hatten wir gerade dann fragen wir mal nach Yol In eurer Sprache bedeutet das Wort einfach Feuer Veränderung der eine Form gegeben wurde Macht in ihrer ursprünglichsten Gestalt Das ist die wahre Bedeutung von Yol Zoliek Macht Ihr habt sie so wie alle doof Aber die Macht ist untätig ohne Handlung und Wahl Denkt darüber nach während sich das Feuer in eurem Zoom eurem Atem aufbaut Zoom Ark Mora Was werdet ihr verbrennen was verschonen Wie gesagt ich liebe diesen Drachen der ist wirklich fantastisch Ja genau wir sehen uns demnächst wieder So jetzt pass mal auf wir haben nämlich Jetzt hatte ich eigentlich gehofft dass wir da noch neue Sachen kriegen wo wir unseren Drachenseelen investieren können Schade wohl nicht Okay Für heute würde ich sagen Feierabend Ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg runter von dem Berg in der Hoffnung dass ich das überlebe und wir sehen uns dann in der nächsten Episode bei den Graubärten und überlegen mal was wir mit unserem neu gewonnenen Wissen anfangen bis dahin macht's gut radionsteif Ciao Freunde